Wen findest du am coolsten von Kelvins Freunden? Ähm, ja Dominik, würd ich sagen. Ist am coolsten. Ist am lustigsten. Einer schreibt Philo, Bro. Da steht doch Freunde. Lol. Ja, alle Freunde von Kevin sind korrekt. Außer? Außer? Zabex. Oh, warte mal, Philo ruft grad an. Hallo? Hallo Freund Kevin. Yo, yo. Ich hab grad durch Zufall an meine ganzen Freunde gedacht hier. Und da ist mir spontan eingefallen, dass ja morgen für dich losgeht. Für meinen Freund Kevin. Mhm, ja, ja. Und ich wollte dir einfach mal ganz viel Glück wünschen. Ey, ganz kurz, ich muss mir das auflegen. Da ruft noch jemand anderes an. Yo, yo. Ganz, ganz kurz, bei allem Respekt, bei aller Liebe. Du siehst aus wie der fucking Dirigent vom Schwansee-Team. Du kannst nicht sagen, ich bin uncool, Bro. Verstehst du das? Du kannst doch nicht so sitzen mit deinem Strasssteinhemdchen und sagen, ich bin uncool. Das funktioniert so nicht, Bruder. Das funktioniert so nicht. Okay? Du, Zabex, die Verbindung ist grad unfassbar schlecht. Wir beide wissen, die Verbindung ist super. Wir beide wissen, die Verbindung ist super, Kevin. Oh, ich muss auflegen, Bro. Liebe Grüße am Montag. Ciao, ciao. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, der kleine Hurensohn. Er hat Strasssteine auf seinem Hemd. Er kann nicht sagen, ich bin uncool, Bro. Freunde. Spannende. Das geht auch.